Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Heute zeige ich euch meine Lieblingsrezepte, wenn wir ein tolles Picknick machen. Denn Picknick steht bei uns sehr hoch im Kurs und was wir dafür vorbereiten, das seht ihr gleich. Ich bin mit meinen Kindern sehr viel draußen. Gerade in der wärmeren Jahreszeit genießen wir es, auch draußen zu essen, zu picknicken und einfach dort zu bleiben, wo wir gerade sind und wo wir einfach Spaß haben. Und eine Snack-Idee, die wirklich sehr gut ankommt und die auch oft fremde Besucher auf unsere Picknickdecke lockt, das ist das Banana Bread. Ein tolles Bananenbrot mit viel Bananen drin und mit einem Dinkelmehl zubereitet. Das essen meine Kinder und ich und mein Mann und irgendwie alle total gerne. Ich esse das auch sehr gerne, wenn ich in der City in den Coffee Shops unterwegs bin, dann lächelt mich das Banana Bread sofort an. Das ist einfach was, was fast jeder mag. Ich bereite es nicht ganz so süß zu, wie man es irgendwie in den Cafés bekommt. Etwas weniger Zucker, das schmeckt mir einfach viel besser, weil ich finde, die Bananen sind einfach süß genug und ich mag es einfach. Wenn die Bananen und die Frucht so ein bisschen mehr durchkommt. Auf jeden Fall ist das Bananenbrot ruckzuck zubereitet. Es lässt sich super schnell abends neben dem TV gucken oder so machen und dann hat man am nächsten Tag einfach einen tollen Snack für das Picknick. Und Banana Bread ist eines meiner absolut Lieblings-Picknick-Ideen. Mein Mann und ich, wir lieben Salate. Gerade zum Grillen oder auch als Vorspeise zum Hauptgericht. Und in der Grillzeit haben wir sehr, sehr oft diesen Couscous-Salat gemacht. Es gibt den in verschiedenen Varianten. Mal mache ich den sehr pikant, da ist da so ein bisschen Chili mit bei und so ein bisschen Schärfe. Man kann den aber auch auf eine milde Art und Weise zubereiten. Und gerade die milde Version schmeckt der ganzen Familie. Und Couscous-Salat ist so ein Dauerbrenner bei uns beim Picknick. Das lässt sich ja auch super schnell vorbereiten und ist total lecker. Schmeckt irgendwie frisch und ja, draußen was zu genießen, finde ich, ist nochmal etwas total Besonderes. Aber Couscous-Salat machen wir hier echt oft. Und ich persönlich mag gerne Picknick-Rezepte, wo man recht wenig Tüdelei nebenbei braucht. Sprich Gabel, Löffel, Teller oder so. Ich ziehe es vor, einfach Serviette oder die Hand und rauf da und einfach essen. Und da sind diese Gemüse-Muffins mit Kichererbsen auch sehr lecker. Die sind sehr schnell in der Vorbereitung und man kann sie super gut wieder am Tag vorher zubereiten. In den Kühlschrank stellen und dann einfach in den Picknickkorb tun oder einfach ein bisschen Folie rüber und mit dem Muffinblech ab zum Picknick. Die kommen meiner Familie sehr gut an. Die halten auch sehr lange frisch und sind auch ein toller Snack für die Lunchbox, für die Schule, fürs Büro. Aber ich finde, draußen schmecken die am allerbesten. In der Frühlingszeit habe ich besonders viel Lust, auch Brotaufstriche selber zu machen. Brotaufstriche habe ich schon auf die verschiedensten Arten und Weisen zubereitet. Auf jeden Fall mit viel Gemüse und lecker sind sie. Ich weiß gar nicht, welches mein Lieblingsaufstrich ist. Ich finde sie alle irgendwie toll. Auch hier finde ich das so genial, dass die Brotaufstriche einfach total schnell zubereitet sind. Meistens hat man sie dann ja im Kühlschrank und dann einfach in den Korb räumen. Ein bisschen Weißbrot und perfekt ist der kleine Snack mit dem Brot. Und letzten Sommer habe ich einen tollen Wassermelonensalat gemacht mit Blaubeeren und Chili. Jedenfalls ein richtiger Tipp. Und ich finde diesen Salat fürs Picknick, gerade wenn es draußen heißer ist, super geeignet. Der lässt sich auch super schnell vorbereiten und ist immer ein Hit. Jedenfalls kam er bei unseren Picknick-Sessions auch mit Freunden immer extremst gut an. Viele können sich die Kombination überhaupt nicht vorstellen. Melone, Blaubeere vielleicht noch, aber so Chili und so eine herzhafte Vinaigrette dazu. Das ist doch mal was ganz anderes. Melone in aller Art ist ja auch immer perfekt für ein Picknick, aber diesen Salat, der ist wirklich genial. Den müsst ihr einfach mal nachmachen und probieren. Den finde ich extremst lecker und den mache ich extremst oft, wenn wir picknicken gehen. Wir picknicken ja am liebsten am Wasser. Das heißt in Hamburg entweder an der Alster oder an der Elbe. Da kann man so richtig gut runterkommen und mit dem Blick aufs Wasser schmeckt es uns noch tausendmal besser. Und wenn wir mit Freunden picknicken gehen, fragen viele, ob ich denn wieder meine Quiche zubereite, die ihnen so gut schmeckt. Am allerliebsten die mit Tomate, aber auch die mit Gemüse finden meine Freunde wirklich sehr lecker. Ich finde ja auch Quiche zum Picknicken sehr praktisch, wenn man am Vortag etwas Zeit hat und die Quiche schon mal zubereitet, dann gut abkühlen lassen. Und dann kann sie auch ratz-ratz mit ins Auto. Und man kann die Quiche ja auch total gut anschneiden, wenn sie einfach gut durchgezogen ist und wenn sie nicht frisch gebacken wurde. Ich gehöre zu den Personen, die Quiche unheimlich gerne kalt essen und ein tolles Rezept zum Picknicken. Rezept wieder in der Infobox. Meine Kinder sind Leckermäuler, wie alle Kinder auch. Sie mögen es am liebsten süß und diese Energy Balls nehme ich zum Beispiel auch sehr gerne mit zum Picknick. Man kann die natürlich super transportieren, weil sie so klein und leicht und rund sind und schwuppdiwupp im Mund verschwinden. Die habe ich auch schon auf die verschiedensten Arten und Weisen zubereitet. Jedenfalls passen die perfekt in die Dose. Man kann sie perfekt mitnehmen und ist eine Nascherei für zwischendurch, wo man sich wirklich keine Gedanken machen muss. Sondern die sind wirklich sehr, sehr lecker und selber zubereitet eh am besten. Und der Favorit von mir und meinem Mann, einfach etwas Weißbrot. Diese Olivenpaste hier und ein Glas Rotwein dazu und vielleicht noch ein paar lose Oliven. Und perfekt ist das Picknick. Und gerade an dieser Olivenpaste mag ich so sehr, dass sie so leicht ist zuzubereiten. Sie hat wenig Zutaten und sie ist unheimlich gut vom Geschmack, sehr intensiv. Und mehr braucht man nicht. Vielleicht noch ein bisschen Rotwein, wer möchte. Und perfekt ist das Picknick. Man braucht auch gar nicht immer viel für ein Picknick, finde ich. Ich finde sowieso, dass gerade die einfachsten Sachen und die spontanen Sachen oft die besten sind. Man braucht gar nicht so viel Vorbereitung und so viele Sachen, um ein Picknick perfekt zu machen. Jedenfalls steht bei uns diese Olivenpaste sehr hoch im Kurs. Mehr braucht man gar nicht und die ist echt super lecker. Bei den Getränken halte ich es meistens immer simpel. Meistens nehmen wir Wasser mit, Mineralwasser oder stilles Wasser oder auch Fruchtschollen. Aber ich habe auch schon die verschiedensten Eisteesorten zubereitet. Man kann das immer auch ganz gut in Glasflaschen transportieren. Einfach zu Hause vorbereiten, gar nicht so viel, damit es ausgetrunken wird. Und einfach vor Ort dann genießen. Oder auch dieses Aquafresca mit vielen tollen, leckeren Gurken drin. Das kann man perfekt in leere Flaschen abfüllen. Ein paar Gurken, ein paar Limetten rauf, ein bisschen Zitronmelisse vielleicht. Und fertig ist der tolle Drink für unterwegs. Auch sehr einfach und easy. Und da hat man zwischendurch etwas Erfrischendes zu trinken. Und es ist ja auch irgendwie was fürs Auge. Picknicken tun wir wirklich sehr oft. Für uns ist das eine tolle Freizeitbeschäftigung, die nebenbei auch noch lecker ist. Und unten in der Infobox habe ich dir alle Rezeptvideos vermerkt. Da kannst du dann die Rezepte nachmachen und nachkochen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt mir einen Daumen hoch oder teilt dieses Video. Und morgen, da gibt es bereits ein neues Video für euch. Ab 13.30 Uhr geht das online. Ich sage bis morgen und tschüss.